Wenn Sie in großen Räumen vor Menschen sprechen oder Vorträge halten, dann ist das Ihre Referenz. Sie merken, Ihre Stimme hier vibrieren, wenn Sie in der richtigen Stimmlage sind. Ich kann meine Stimmlage so ein bisschen verlassen und gleich spreche ich ganz woanders und merke weniger Vibrationen hier oben und Sie merken, meine Stimme möchte eher nach oben. Und dann habe ich einen anderen Eindruck bei Ihnen hinterlassen. Und so langsam kommt die Stimme wieder hier hin. Und ich merke ganz große Entspannung, ich merke meine eigene Resonanz, das ist das Ziel. Sie können sich selber beruhigen, Sie können selber ganz viel Resonanz entfalten, wenn Sie tatsächlich in Ihrem Brustton der Überzeugung sprechen.